Herr Müller, was hat IFS Ultimo auf die Seuch in ICT mitgebracht? Ja, wir als IFS Ultimo sind der führende Anbieter in den Niederlanden für die Verwaltung von medizinischen Geräten, also dem Asset Management im Gesundheitssektor. Wir machen das Ganze schon seit über 30 Jahren und haben unsere Expertise im Prinzip hier auf die Messe gebracht und wollen Interessenten unsere Softwarelösung mal näher vorstellen. Unsere Lösung ist cloudbasiert, also eine Software-as-a-Service-Lösung, wo wir in der Lage sind, medizinische Geräte transparent zu verwalten, Rechtssicherheit zu erreichen und natürlich auch ein gewisses Maß an Transparenz und das entsprechende Fachpersonal in der Arbeit zu unterstützen. Natürlich oberste Priorität ist das Thema Asset-Verfügbarkeit, denn die Geräte sollen natürlich auch funktionieren und da sein.